Es heißt Kaby Lake vs. Sky Lake. Was ist besser oder was ist am Ende einfach der bessere Kauf? Lohnt sich ein Upgrade, das Aufrüsten oder allgemein, gibt es denn überhaupt IPC-Verbesserungen? In diesem Sinn, hallo alle zusammen, ihr habt es zu diesem kurzen Vergleichstest von mir geschafft. Heute vergleichen wir die neue Intel i7 7700K Kaby Lake mit der i7 6700K CPU der Vorgängergeneration. Wie ihr vielleicht gehört oder online gelesen habt, gibt es gemischte Gefühle, was Kaby Lake und dessen eigentliche Neuerungen betrifft. Also ohne weiteres Zögern kommen wir gleich zur Sache. Zuerst einmal, wieso vergleichen wir nicht einmal schnell die zwei Prozessoren, was technische Daten angeht? Beide, die 7700K sowohl als auch 6700K, verfügen über vier Kerne mit Hyperthreading, also acht Threads. Die Kaby Lake Variante kommt mit einem Basistakt von 4,2 GHz, Sky Lake 4,0 GHz, TurboTakt 4,5 gegen 4,2 GHz. Beide CPUs haben gemeinsam die 91 Watt TDP, die 14 Nanometer Fertigung, bis auf kleine Verbesserungen auf der Kaby Lake Seite, 4x 256 KB L2 Cache und 8 MB L3 Cache. Beide Modelle unterstützen zudem maximal bis zu 64 GB RAM, doch der 7700K kommt nativ mit Dual Channel DDR4 2400 Arbeitsspeicher klar, wobei es beim 6700K nur DDR4 2133 sind. Intel HD Graphics 630 bei Kaby Lake, 530 auf der Skylake Seite. Leider handelt es sich dabei nur um einen Rebrand, einer Umbenennung, wie ich feststellen musste. Der 7700K ist dafür vorgesehen, mit dem Z270 Chipsatz in Verbindung gebracht zu werden, der 6700K mit dem Z170. Allerdings könnte man genauso eine Kaby Lake CPU in ein Z170 Mainboard verbauen, solange man das BIOS aktualisiert. Dies ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn so manche Probleme sind mir zu Ohren gekommen. Mittlerweile sind diese jedoch vielleicht auch schon behoben worden. Und natürlich könnte man auch einen Skylake Prozessor in ein Z270 Board installieren, ohne jeglichen BIOS Update, versteht sich. Immerhin kommt derselbe LGA 1151 Sockel zum Einsatz. Das wäre es nun für die Specs. Wie sieht es jetzt aber leistungstechnisch aus? Da ich auch das IPC, also Takt-gegen-Takt-Leistungssteigerungen teste, habe ich einen separaten Test mit dem 7700K durchlaufen lassen, und zwar auf denselben Taktraten, wie es beim 6700K der Fall ist, um festzustellen, ob es denn überhaupt IPC-Verbesserungen gibt oder nicht. Hier nun die Benchmarks. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also gut, der neue i7-7700K Kaby Lake scheint nicht ganz dem Hype zu entsprechen. Ich meine, er ist keineswegs schlecht, eigentlich genau das Gegenteil davon. Ein Wahnsinns-Chip mit toller Leistung, aber genau dasselbe kann eben auch von seinem Vorgänger, dem 6700K im Jahr 2017 behauptet werden. Schließlich gibt es keinerlei IPC-Verbesserungen. Der 7700K ist schlichtweg einfach ein verfeineter 6700K, einfach ein Refresh sozusagen mit einer etwas ausgereifteren Fertigung, was dazu führt, dass bei der höheren Taktung nicht ganz so viel Wärme entsteht und der Stromverbrauch auch nicht unkontrolliert ansteigt, wie es bei Skylake bei solchen Taktraten der Fall wäre. In synthetischen Benchmarks und in Produktivitätsbereichen wie Video- und Bildbearbeitung bringt der Boost von Taktraten tatsächlich etwas, was den 7700K werkseitig schon zu einem richtig schnellen Chip macht. Gaming jedoch, da scheint Cable Lake nicht wirklich Neues mit sich zu bringen. Quasi identische Ergebnisse sind bei mir herausgekommen oder manchmal sogar schlechtere Bildraten als mit Skylake, was aber wohl noch eine Sache der Optimierung ist. Der Punkt ist, Anwender, die zurzeit bereits eine Skylake-CPU wie die 6700K besitzen, haben absolut keinen Grund auf Cable Lake aufzurüsten. Will man denn unbedingt die Extraleistung, wäre es wohl vernünftiger, die bestehende CPU zu übertakten. Eine weitere nennenswerte Sache wäre, dass der 7700K ein relativ heiß laufender Chip ist. Einen ordentlichen All-in-One-Wasserkühler habe ich verwendet und trotzdem musste ich mit doch relativ hohen Temperaturen leben, obwohl sich der Prozess auf Stock-Taktrate befunden hat. Die Taktfrequenz fällt bereits ziemlich hoch aus, somit irgendwo wiederum verständlich. Wie ich also in meinem vollständigen Haupttestbericht des 7700K bereits gesagt habe, es geht diesmal nicht so sehr um die CPU, sondern um die ganze Plattform drumherum. Der Z2-170-Chipsatz und die neuen Mainboards locken mit beeindruckenden neuen Features. Optane-Speicher zum Beispiel, sofern daraus etwas werden sollte, keine Ahnung. Mehr USB 3.1 Gen 2, mehr M.2 und sogar U.2. Dies sind Dinge, die allerdings nicht viele von uns wirklich brauchen. Ich meine, klar, nett zu haben, aber der Großteil greift beispielsweise nach wie vor zu standardmäßigen SATA 6 Gigabit pro Sekunde SSDs und was weiß ich nicht alles. Etwas, was die Mainboard-Hersteller mit dieser Generation implementiert haben, ist auf vielen Boards RGB-Beleuchtung. Damit soll der Kunde beeindruckt werden, Ästhetik und Beleuchtung. Darauf wird nun mehr denn je geachtet. Aber überzeugt uns das denn wirklich? Na klar, viele stimmen dazu. Somit ist es nichts Schlechtes. Wenn die Konsumenten es so wollen, wieso sollte man es ihnen dann auch nicht geben? Es scheint mir logisch. Um es zusammenzufassen, entscheidet euch für den 7700K, baut ihr euch einen völlig neuen PC zusammen. Aber als ein Upgrade vom 6700K, nein, das wäre nicht die beste Idee. Spart euch das Geld. Also ja, ich schätze, dass fast dieses Vergleichsvideo auch schon zusammen. Ich hoffe, ihr habt es hilfreich gefunden, für den Fall, dass ihr zu dem Thema recherchiert haben solltet. Und wenn nicht, hoffe ich dennoch, dass ihr es unterhaltsam gefunden habt. Hoffe ich sehr. Danke sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.